Ich probiere es mal. Dann gebe ich mein Eis dazu. Sushi! Also gab es nicht ganz falsch. Das riecht auch nach frisch gemähtem Rasen. Das ist Kartoffelpüree. Ja, das ist Kartoffelpüree. Gut. Mhm. Oh! Ähm, wie heißt das? Creme Brulee. Das riecht aber nicht süß. Musst du den Erhörtest machen. Geil. Das riecht nicht nach Creme Brulee. Das riecht nicht. Es ist definitiv herzhaft und nicht süß. Boah, das schmeckt richtig geil. Das mag ich, das ist gut. Ich finde es nicht nach süßkartoffeln. Oh! Was mit Eis? Ja! Was? Ich liebe es. Der sieht gut aus, sehr ästhetisch. Das finde ich richtig lecker. Mich verwirrt das ein bisschen, glaube ich einfach. Ich finde es mega. Das ist das leckerste Schokoladeneis, was ich jemals kriege. Also das Schokoladeneis ist auch sehr gut. Nein, wegen der Pommes. Oh Gott.